In diesem Video geht es um die einfachste Form eines linearen Gleichungssystems. Und zwar haben wir hier zwei Gleichungen, eine und noch eine, mit zwei unbekannten, einmal y und einmal x. Warum lineares Gleichungssystem? Keine der Variablen kommt in irgendeiner Potenz vor. So, da gibt es drei mögliche Verfahren. Entweder wir setzen ein, das heißt, man bringt dieses hier zum Beispiel auf die Form 3x, ist dann gleich 5 minus 4y und setzt das dann an die Stelle ein. Oder man, das wäre einsetzen oder gleichsetzen, das heißt, man bringt dann auch noch dieses hier auf die Form 3x, 3x ist gleich minus 1 mi plus 2y. Das heißt, einfach die 3x auf die andere Seite bringen und setzt dann die beiden gleich. Das heißt, dann steht da 5 minus 4y ist gleich minus 1 plus 2y. Das sind aber Verfahren, die leider nicht sehr, sehr zuverlässig sind, sondern zuverlässiger ist der sogenannte Gauss-Algorithmus, der im Unterricht noch genauer erläutert wird. Dabei ist es wichtig, dass man immer beide Gleichungen beibehält, also es wird keine Gleichung weggeschmissen. Das bedeutet, dann sonst geht die Information verloren, aber man kann jede Gleichung mit jeder beliebigen Zahl multiplizieren, denn ich kann sie auch durch diese Zahl wieder dividieren, dann steht das Gleiche wieder da. Ich darf zwei Gleichungen addieren, sofern ich eine der beiden Gleichungen beibehalte. Und wenn ich diese beiden Gleichungen addiere, dann hat man einmal 3x minus 3x, das gibt hier an der Stelle eine 0. 2y plus 4y gibt hier an dieser Stelle eine 6y. Minus 5 minus 1 gibt minus 6. Die obere Gleichung wird beibehalten. Dann wird hier durch 6 geteilt. Das heißt, y ist 1. Wenn y 1 ist, dann muss natürlich auch hier oben y 1 sein, also kann man es einsetzen. Das heißt, 4 plus 3x minus 5 ist immer noch 0. Die 4 plus minus 5 gibt 1, genau, wenn wir noch minus 1 auf die andere Seite gebracht, gibt die 1. Das heißt, hier wird dann plus 1 gerechnet und dann noch durch 3 geteilt und dann haben wir x gleich 1 Drittel. Schon als kleiner Vorgriff auf die Veranstaltung Mathe-Statistik, Sie dürfen da den Casio 991 benutzen, egal in welcher Variante und unter dem Menüpunkt Mode 5 finden Sie Gleichungssysteme im Punkt EQN und dann kann man auch solche Gleichungssysteme im Taschenrechner lösen, aber in der Klausur wird das auf jeden Fall in irgendeiner Form gefordert. Und dann wird das auf jeden Fall gefordert. Und dann wird das auf jeden Fall gefordert. Vielen Dank.